Oftmals wird die Staatsverschuldung als etwas Negatives angesehen, doch wie so oft gibt es auch hier Vor- und Nachteile. Welche das genau sind, schauen wir uns in diesem Video an. Los geht's! Beginnen wir als erstes mit den Vorteilen der Staatsverschuldung. Der erste Vorteil ist, dass der Staat durch die Verschuldung mehr Investitionen tätigen kann. Wir müssen uns hier den Staat fast wie ein Unternehmen vorstellen. Der Staat nimmt einen Kredit auf, um Investitionen zu tätigen, beispielsweise in ein gut ausgebautes Schienennetz. Dadurch, dass dies ein langfristiges Projekt darstellt, profitieren die zukünftigen Generationen, weshalb diese auch durch die Steuerabgabe das Geld in Zukunft zurückzahlen sollen. Der Nachteil ist, dass die zukünftigen Generationen über diese Investitionen nicht mitentscheiden können, da diese Entscheide in der Gegenwart gefällt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Steuerglättung. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Staat konstante Steuersätze verlangen kann. Stellt euch mal vor, die Staatsverschuldung wäre verboten. Dann müsste der Staat jedes Jahr die Steuersätze anpassen, um in Jahren, wo die Staatsausgaben hoch sind, diese decken zu können. Es wäre ein enormer bürokratischer Aufwand, die Steuersätze regelmäßig anzupassen und die Bürgerinnen und Bürger hätten keine Planungssicherheit, da sie nicht wüssten, wie hoch die Steuern anfallen würden. Kommen wir zum dritten Vorteil, welcher die Stabilisierung der Konjunktur ermöglicht. Das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass der Staat durch die Aufnahme von Schulden antizyklische Maßnahmen umsetzen kann. Bedeutet, wenn es der Wirtschaft allgemein schlecht geht, investiert der Staat Geld, um die Wirtschaft wieder voranzutreiben und nimmt dafür teilweise einen Kredit in Kauf. Wenn die Wirtschaft hingegen boomt, spart der Staat Geld und zahlt die Schulden wieder zurück. Soviel aber zu den Vorteilen. Schauen wir uns jetzt die Nachteile der Staatsverschuldung an. Im Allgemeinen kann man sagen, dass eine hohe Staatsverschuldung grundsätzlich die Volkswirtschaft eines Landes schwächt. Ein wichtiger Nachteil ist, dass private Investoren durch eine hohe Staatsverschuldung verdrängt werden. Was bedeutet das konkret? Durch eine hohe Schuldenquote des Staates wird ein Stein ins Rollen gebracht. Wenn der Staat zu hohe Schulden hat, dann steigen die Zinsausgaben. Bei gleichbleibendem Angebot auf dem Kapitalmarkt steigt also der Zinssatz für den Staat, da es aufgrund der höheren Nachfrage zu einer Marktverschiebung kommt. Das führt wiederum dazu, dass die Zinssätze für die inländischen Privatpersonen und Unternehmen ebenfalls ansteigen. Durch die steigenden Zinssätze werden weniger Kredite aufgenommen, was bedeutet, dass die privaten Investitionen zurückgehen. Das ist für die Volkswirtschaft nicht wirklich gut. Die Verdrängung der privaten Investitionen durch die Erhöhung der staatlichen Ausgaben wird auch als Crowding-Out-Effekt bezeichnet. Ein weiterer Nachteil ist, dass mit steigender Verschuldung der Handlungsspielraum eingeschränkt wird. Je höher die Schulden sind, desto höher sind auch die Zinsausgaben, welche ein Staat leisten muss. Dadurch kann es dazu kommen, dass notwendige Investitionen nicht umgesetzt werden können. Außerdem kann es sein, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen, um die Zinsen zu zahlen. Dadurch, dass das Ausfallrisiko aber mit steigender Verschuldung zunimmt, besitzt der neue Kredit einen höheren Zinssatz, was wiederum negativ ist. Der dritte Nachteil ist die Verlockung zur Geldschöpfung. Wenn ein Land zu stark verschuldet ist und möglicherweise auch keine neuen Kredite auf dem Kapitalmarkt erhält, dann ist die Verlockung groß, dass durch Geldschöpfung ein Staat sich bei seiner Nationalbank Geld beschafft. Aus ökonomischer Sicht hat dies katastrophale Folgen, weil es dadurch zu einer Hyperinflation kommen kann. Hier seht ihr nochmal eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der Staatsverschuldung. Insgesamt kann man sagen, dass die Möglichkeit einer Staatsverschuldung grundsätzlich positiv ist. Es gilt aber darauf zu achten, dass die Verschuldung nicht zu groß wird, weil ansonsten die negativen Aspekte überwiegen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr etwas dabei lernen konntet, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine wichtigen Videos zu verpassen. Ansonsten viel Spaß bei den weiteren Videos.